Und da bin ich wieder, dieser kleine Cut. Wie immer. Hoppla. Hoppla. Ja, nicht. Gegner eliminiert. Nein. Warte. Der läuft einfach von mir her. Microband, spielen wir Minecraft. Oh mein Gott. Und ich habe einen Sieg erlungen. Wir spielen nur noch eine Runde Verteidigung. Und dann werden wir den Sieg holen. Oh, scheiß Blüge, ich möchtel dich. So, ah, kommst du nach der Lunde, Minecraft. So, Minus, Blast. Oh, er ist rausgegangen. Agnes, bleib bitte du noch drin. Ich bin allein und schau dich nur davon pushen. Okay. Ja. Agnes? Jemand von Minecraft muss schnell kommen, wenn du das schützt. Ich bin ja alleine. Ich bin ja alleine. Ist doch schön. Einmal eins. So, ich kann wieder aufnehmen, das ist halt was ganz Schönes. Ich mach die Idee gerade bei denen ein. Der Name heißt zufällig Microband. Der läuft einfach von meiner Schnauze her und bam, ist der Game Over. Aber ich spiele zu leicht. Es spielt Rekrut leicht. Gibt es überhaupt noch Spiele, wo das bei Rekruten? Es bleiben fünf Sekunden. Lalalalalalalala. Die Gegner konnten den Video-Gefahrgutbehälter nicht finden. Du wirst entdeckt, wenn du in dieser Zone bleibst. Der Standort ist gefährdet. Das ist gut. 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 Warte, warte, warte. Nicht drauf steuern. Ich hab keine. Ja, Mann. Leute, ist noch durch den Boden gebackt. Und das war ein gewonnener Sieg. Damit verabschiede ich mich von Rainbow Succeed. Bis bald. Auf Wiedersehen. Ciao.